Okay, dann war das das, ja. Dann fangen wir jetzt hier an mit Terraria. Äh, nö. Nur weil du blau bist, ja? Moonwalk, Moonwalk, Moonwalk. Massive A-Fuck, jetzt hab ich was gehauen. Stirb, Ast! Ha, guck mal. Ey, ich wusste gar nicht, dass man es abbauen kann. Ist ja richtig episch. Ey, ich wollte nur diese hässlichen Äste hier abbauen. Ich hab nicht versucht, um das ganze Bäume kaputt zu kloppen. Ey, voll karl hier alles wegen dir jetzt. Voll karl! Das ist voll karl, Alter. Moment. Auf. Squishy, squishy. Ah, nein, hilf mir. Er fängt sich wieder selbst an. Ey, das ist... Können wir... Warte, warte, Moonwalk! Oh! Ich krieg' Geld. Ich hab' keine Mane. Okay, okay, dann. Dann. Dann würdest du sagen, dass... ...dass wir jetzt hier dann... ...äh, krass uns ausgedacht haben, dass wir hier so krass Splitscreen testen. Okay. So krass. Und dass du jetzt anfängst aufzunehmen, so. Mhm. Und dann jetzt so krass Splitscreen einfach plötzlich aufploppt. Und alles... ...aus dem Nichts heraus... ...werdet ihr einfach so überrascht von dem zweiten Bild. Ja. Genau. Okay. Okay, wohin gehen wir? Wir gehen dem Vogel hinterher. Das sagt uns wislang nicht. Wie war... Ah, dann folgen wir halt dem Hasen. Immer dem Hasen nach, wie bei Alice im Unterland. Immer dem weißen Hasen. Ah, scheiße, jetzt hab ich ihn sehen. Nee, er ist nach da hinten geflogen, das heißt, er ist dort. Ah, ich häng hier, ah, gut. Ah, ich weiß gar nicht, wie das hier drin ist, ich hab schon so lange nicht mehr gespielt auf dem Sinne. Gehen wir da einfach rein. Ah, die Kiste haben wir schon ausgeraubt. Ich seh gar nichts, egal, meine Axt, die wird mich beschützen. Ich seh auch nichts mehr, aber hey. Oh, jetzt sehe ich wieder was, jetzt hab ich ihm die Kerze angemacht. Weißt du, das ist ne Kerze? Ja, stimmt, ich soll vielleicht mal das Licht in meinem Zimmer anmachen, damit ich was sehe. Ey, das ist immer noch nix. Fuck, stimmt, bei mir das Licht lenkt dich auch an. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich bin ganz weit unter. Ah, ich bin unter Wasser. Ja, das passt doch. Du brauchst auf jeden Fall diese Neptun Shell, oder wie das heißt. Ja klar, dann kann ich mehr Jungfrau werden, was? Mehr Jungfrau Mann, oder? Nee, mehr Jungfrau Mann. Nee, du bist blauer Schwube, wirst du. Ja klar, ich war nur so schlecht. Ich werde Vermeerung, Frau Mann. Wie weit ich schon bin, Alter. Wie weit ich schon bin. Dann brauchen wir noch irgendeinen Ring. Gibt's Ringe hinten? Nee, gibt's nicht. Mist. Aber wir können Band of Regeneration. Das ist eine goldene Truhe. Wait for me. Ich prügel mich hier mit meinen Fackeln durch. Ah, hier waren wir schon. Ich hab's noch rett gekillt. Die Bat ist tot. Waren wir hier schon? Waren wir? Ja, wir waren hier, oder? Ja, sicher waren wir hier schon. Aber ich hab ne fucking fette Axt und damit kill ich jetzt alles. Aua! Fucking fette Axt. Das ist wieder ne Aussage. Also die arme Axt. Vielleicht ist die ja... Vielleicht hat die ja Stoffwechselprobleme und dann... Ja? Nein, da ist irgendwas drin. Vielleicht ist die Axt auch nur massiv, wie meine? Flaming Arrows. Potions. Äh, ich hab für dich Hermes Boots. Oh yeah. Jetzt bin ich auch Hermes. Oh ja. Ja. Aber so lange ich... Krieg nur da von Hermes. Von Hermes. Ups. Stimmt, oder? Ja. Ja. Das stimmt, aber ich bin... Wo bin ich? Ja. Ich bin neben dir. Danke. Ich bin so nett, Alter. Ich bin so'n OIN! Ich bin so'n OIN. Ja, ich bin so'n OIN! Ja. Oh Gott! Was hat mich getötet? Ah, diese komische Darttrap hier. Ahaha! Ah, die Darttrap unter Wasser. Ah! Ah, ich bin ausgerissen. Geh weg, war das. Aua, ich hab' sie gekillt. Das tut voll weh. Aua, Bubu. Ich muss mich irgendwie gegen die... Aua! Die Darttrap, die überrascht mich doch jedes Mal aufs Neue. Ich vergesse jedes Mal, dass sie da ist. Das Problem. Oh, da sind da... Aua! 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 Darttrap! Wo ist die Darttrap? Da ist keine Darttrap. Klar. Spring mal da ins Wasser. Aua! Hahaha! Siehst du? Das ist für mich mal ganz dreist. Pause. Masse kaputt. Nehmen wir den Schalter mit? Herz! Machschiff auch. Ich glaub, das Ding hat mich gemocht. Das hat mir ein Herz geschenkt. Aber das war gar nicht aus Schokolade, das find ich nicht einfach. Ach, das hast du ja schon... Reist vorher weggelootet. Da waren die Herpes-Bugs drin halt. Die Herpes-Bugs. Die Herpes-Bugs. Ja, ich kriegste Herpes und kannst dann viel schneller rennen, weil du schnell zum Doktor bist. Hahaha. Ja, genau so funktionieren die, hab ich gehört. Hahaha. Haben wir überhaupt schon einen Magic Mirror? Ich glaub, wir müssen die Hunde verrecken, oder? Nein! Ja, das war doch unsere Taktik. Einer muss sich halt rauskämpfen. Ah! Da ist da einfach ein Mushroom! Om nom 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 nom! Glowing Mushrooms! Ich glaub, wir gehen weiter. Da ist Gold, oder? Oder Bronze? Ah! Ah! Lame! Das sah aus wie Gold und jetzt ist Bronze. Ah! Warte! Huuu! Ich kämpf mich mit dem Hammer durch! Lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn! You dead to me! Hahaha. Aber das war doch gar kein Kaktus! Oh mein Gott! Also hier finden wir wieder epische Sachen. Ja, Silberohr. Ich hab schon ganz viele Ohren von Silberleuten getroffen. Warte, warte auf! Hahaha. Hahaha. Soll ich dich, ja? Auuu! Hahaha! Ja, genau, Schitter. Aaaaaaah! Dann müssen wir uns mal irgendwas im Haus bauen, so. Wir sagen, momentan ist das Split Screen sehr sinnvoll, noch? Ja, klar. Huuu! Huuu! Boah! Oh Gott! Ja, so kann man viel höher sehen mit deinem Split Screen, so. Ja, bist du ernsthaft? Hahaha. Ich mein, der ist fast auch kleiner oder so, aber hey! Ich weiß ja nicht, löst ich das dann? Oder soll ich... Man könnte es ja auch so machen mit... Mach ich nur so in die kleine Ecke, das passt. Okay. Dann nennst du das... Das ist die... Awesome Pumacamp. Hahaha. Genau, das schreib ich drüber. Hahaha. Pumacamp! Ne, ich nenn sie Awesome Trollcam. Hahaha. Idiotcam von irgendeinem Pedder, der da einfach nur rumsitzt, ey. Hahaha. Die blaue Kamera. Ich hab ja halt einfach meinen Boden mit den Füßen weg draus. Ja, wenn du halt einfach auf Eisen stehst. Weißt du? Das ist kein Grund. Jetzt will... Ich lass mich scheiden. Hahaha. Ja, vom Eisen oder was? Ne, von mir, damit du da hier Eisen kriegst. Ja, genau. Ey, das... Ne. Ohhhh. Ey, ey, aber ey. Hattest du die Frage schon nicht auf den Boden gestellt? Hä, nö. Ich hab sie, äh, teleportieren. Achoo! Das will ich jetzt testen. Also jetzt sind wir hier bei mir die epischen Mont... Ich mach ne Montage aus meinem Video, Alter. Ey. Ich hab mich grad so durch die Gegend fliegt. Was? Snipe... Sniping Cam? Sniping Cam? Wie würde dich durch die Gegend snipest? Ich snipe grad mit einem Grappling-Hopful rum. Äh, Headshot. No Scope. Ah, ich hab Stoneblocks gekriegt. 18. Bis zuerst ist echt No Scope. Ah, deswegen treff ich auch nix. Äh, wo lange jetzt? Jetzt müssen wir uns, ähm... Äh... Ah, da ist ein Typ mit Helm, den will ich töten. Au, da ist noch ein Dartrap. Wieso troppen eigentlich die Typen, die da so Helme haben? Die Mining Helmets? Keine Mining Helmets. Ja, die haben sie ja entwe- NEIN! EIN PULDER! Wow! Ich das grad zu überlebt hab! Okay, jetzt macht die Stam wieder Sinn. Alter! Hilfe, Rami! Wir haben auch zu fallen! Wir müssen fallen! Nein! Was ist das für größte Menschen? Mining Pants hab ich gefunden! Oh yeah! Oh! Was hast du gefunden? Mining Pants! Jetzt kann ich meinen! Mit meinen Mining Pants! Was ist das? Weiß nicht, irgend so'n Vanity-Item! Es gibt doch, glaub ich, sogar eine Defense! Oh! Aber ich zieh's lieber... Warte, ich bau jetzt noch 4 ab, glaub ich. Ist das 4? Boah! Diese massive Axt! Die ist richtig massiv, ey! Die könnte ja voll massiv sein und so! Ja! Äh! Die ist... Aber die ist auch nur in der Nacht gut, das ist das Problem! Mining Helm hast du gefunden! Ne, Mining Pants! So, so Hosen! Und was bringen die? Warte! Wenn ich mal hier hochkomm, dann zeig ich's dir dazu! Ja, ich kämpfe grad episch gegen ne Bett! Ohne Waffe! Was gegen Bett? Gegen mein Bett kämpfe ich an! Ich will noch nicht schlafen gehen! Aber... Bett fackt! Bett sagt nein! Nein, das wird klaut! Klaut? Irgendwie komme ich auch weiter weg als du! Ja, du fließt von mir, ich seh schon! Ich fühle mich deine awesome Mining! Da werde ich nämlich neidisch und dann bring ich dich um und so! Das willst du grad vermeiden! Sie sehen aber sehr gut aus, muss ich sagen! Also, Mining Pants ist wirklich das Vanity Alte und das habe ich mir schon seit Jahren gewünscht! Also, ich hab gehört, ich nicht! Na! Oh, da geht's weiter! Toll! Eigentlich will ich ja die Clown-Sachen haben! Bis dahin bleib ich bei meinen coolen Mining Pants! Wo bist du denn? Bist du woanders rein, oder? Ja! Hier! Ich seh's schon, da bei dem Gold bist du bestimmt rein! Licht! Nee! Ich bin tiefer unten reingegangen! Aber hier gibt's ja auch nix mehr da hinten! Doch das Eisen! Heisen! Bist du das Eisen hier heiraten! Komm her! Ich seh nichts! Ah, da geht's weiter! Ja! Ich glaub, du bist komplett falsch oder ist egal! Amephisten! Geil, jetzt kann ich mir ein Laserschwert machen! Ach, ich hab... Kein Wunder! Ich dachte schon, was ist denn das für eine Kack-Spitzhacke, die nix erfahren will! Ähm... Die Achorns, die pflanzen sich da jetzt ein. Mein ultimatliches Ziel ist ja, jetzt eine Laserschwert zu haben! Hecht? Ne, aber... Okay. Das heißt, wenn ich schon zehn Topaz, jetzt kann ich mir ein braunes Laserschwert machen! Ach, Gott, ein braunes... Gott, oh Gott... Gott, oh Gott, oh Gott... Wo bist du, Mann? Ich hab meinen geheimen Wasserweg genommen. Jetzt haben wir nicht mehr so geheimen Müll des Besorgs, oder? Ich sag's ja nicht, ich sag ja... ...der nicht wo ist. Ich hab nur gesagt, meinen geheimen Wasserweg. Stimmt... Secrets! Ich bin wieder am Secret finden, am Secret finden, ne? Bei mir ist eben Copper or Copper or, also das ist Copperorception. Oh, 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 oh. Das geht's ja nicht, ich find hier wieder nur Mother Slimes, ey. Ja, also das bin ich, hab ich gehört, ich hab mich in eine Mother Slime verwandelt. Echt? Ich bin ein Stall. Was? Scheiße, ich muss dich retten. Jetzt hast du wieder eingestellt. Dass du so verflucht wurdest. Äh, was denn hier? Was ist das für eine Landschaft? Jetzt mal echt... Äh, äh, äh. Siehst du meine coolen Miningpans? Warte... 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 So sieht's ohne aus und so mit... Ohne mit... Ohne mit... Ohne mit... Ohne mit... Ohne mit... Oh, schau. Warte, äh, sollten wir hochgehen? Nur wegen deinem Brat. Ich wollte alle deine Pans. Egal, lass mir das Haus doch verrecken. Nein, die NERS ist da drin. Stimmt's. Ich geh hoch. Ich def das. Okay, dann def das. Also dem... Ja, komm mit. Ah, da, genau da ist der Brat. Ich wollte rauskippen, ich bin. Weil ich ihn genau auskippen bin. Ja, komm mit, ich brauch deine Hilfe. Du bist blau. Ja, ich bin blau. Ich darf gar nicht. Die sehen, die kommen dann. Machen halt. Geholt das und dann werd ich verhaftet. Ja, egal. Dann müssen wir die aufhalten, dass die kommen. Okay. Halt das hier auf. Ich werd nach rechts gehen. Ne, du kommst mit. Bei Fuß. Ich brauch jetzt eine Falltür unter ihnen. Da fallen die alle runter und sterben. Ach. Dann geh ich alleine. Wenn du dich weigerst, okay. Ich weiger will. Okay, dann musst du aber auch ausziehen. Ne. Also das... Das eigene Haus nicht verteidigbar. Und dann noch hier Assas... Ah. Okay. Ich seh schon. Ich hätte, ich bin nur vor dir zu hart, weil ich verrecke. Ich bin hier awesome Spider-Man-Kletter. Man. Kletter, so. Meine Maus mag mich nicht. Wieso nicht? Ich weiß nicht. Ah. Wahrscheinlich mag du dich einfach nicht. So, Mann. Ah. Dass so eine pessimistische Maus ist, so. So pessimistisch. Sei nicht zu negativ. Na, echt. Immer nicht mag... Nicht mögen. Ich mag nicht. Ich mag nicht. Ich mag nicht. Ich hab mich durchgebrochen. Mein Gott. Komm schon. Bald bin ich oben. Es dauert nur noch ein halbes Jahr. Ich sterbe gleich durch den Motherslime hier, Alter. Tja. Das wäre ja lächerlich. Dann bin ich ja oben. Ach so. Du hast nur noch 276 Leben. Also es wird schon knapp. Da muss ich dir zustimmen. Ja. Lass mich halt. Das ist schon hart. Ey. Ah, komm. Ist mir so egal. Weil wenn ich zurückkomme, dann können wir unser ganzes Haus wieder aufbauen. Wo? Bei mir ist Goblinarmee Musik. Warum? Ja. Bei mir auch grad. Aber ich bin unter der Erde noch. Ganz tief. Ja. Ich bin auch noch unter der Erde. Ja. Ich bin da in diesem. Ersten. Unter der Erde. Ich will zu lachen. Jetzt unten bei mir spawnen und mich umbringen. Das war richtig gut. Jetzt ist es ausgegangen. Bei mir jetzt auch. Warte. Tö. Die Nerven. Ah, jetzt geht sie wieder an. Ey. Was ist da los? Ist es bei dir auch wieder an? Ah, da ist schon einer von den Goblinarmee. Den töte ich gleich. Die Verstärkung. Hey, jetzt ist er weg. Er hat sich weggebeamt. Ah, da ist er. Stirb. Scheiß Beaming Goblin Warrior. So, jetzt hab ich dich schon noch geworfen. Jetzt lass ich dich zurück. Kämpfst du sehr tapfer? Ja, ich kämpf richtig männlich so. Mit meinem Wummerrang, damit ich was seh. Okay, jetzt hol ich meine Axt raus. Jetzt machst du es richtig fertig. Ja, ich bin voll gerüstet gegen diese fucking Goblin Army. Wenn ich zurückkomme, kann ich dir Waffen mitbringen und dann kannst du ein bisschen noch gerüstet werden. Waffen. JA! SOFIRE! Ich kann dir... Omnomnomnomnomnomnom Ich kann jetzt endlich mein blaues Laserschwert machen. Das, wovon ich schon träume. Mein ganzes Ich hab nur 9 gekriegt. Wollt ihr mich verkrollen? Irgendwann zu 7, aber ich find mich cool, wenn ich 9 soll. Ah, das mach mal Saphira, okay. Ja, feck. Ich kann mir ein blaues Laserschwert machen.